Was ist, wenn wir nicht unser Glück machen, sondern das Glück uns macht? Mr. Emery Staines. Miss Anna Weatherow. Da war eine Art von Magie zwischen uns. Mein Mann, Crosby Wells. Teilen Sie alles, was Sie schürfen, halbe, halbe mit mir. Beim Schicksal, Miss Weatherow, geht es nicht darum, was passieren wird. Es geht darum, was passieren soll. Denken Sie sich den Himmel als einen Spiegel. Was Sie sehen, ist das, was Sie sind. Und Sie sind natürlich keine einfache Sache.